aber halt auch nicht zu schwer so dass ich halt einfach um die 10.000 versuche brauchen muss ich sag ich erinnere nur an diesen hilfs kommt ja einfach nur unglaublich anstrengend war wir haben wir zwar im first strike glaube geschafft aber aber gerade die phasen davor haben wir ja nicht im first strike bekommen erinnert euch Lohg, das ist ein ganz starkes敵, das ist es nicht so stark. Entschuldigen Sie! Aber wir müssen uns aufhören, Kirito! Kirito, ich habe mich aufhören! Entschuldigung! Wir müssen uns aufhören. Ich habe mich aufhören. Ich werde mich aufhören. Ich werde mich aufhören. Ich werde mich aufhören. Das ist ein Mann, der Mann, der Mann! Das ist gut, dass es gut ist, aber es ist gut, Rögg! Es gibt keine Ahnung. Sobald es gut ist. Gehen Sie doch! Gehen Sie doch! Gehen Sie doch! Gehen Sie doch! ok ich hab's was also mussten wir jetzt einfach zurückgehen weil es einfach zu viel bonzo für die anderen worden ok ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 そんなこと言わないでおばあちゃん あたし手先は器用なの 壊れたものを見せて ええ あの転生の日 他の村では魔獣が襲ってきたそうよ 再びああいったことが起きるとも限らない 警戒を怠らないほうがいいわ あの日 ラウンドロビンが大規模人気攻撃を仕掛けた日に いつの間にか名前がついていた その名を 転生の日 被害状況の確認に来たけれど 被害そのものより 人海の人々の気持ちのほうが深刻みたい アスナ 我々も被害状況を確認していこう はい 少しでも村の人の助けになりましょう 困っていることはありませんか カセドラルから被害状況を調査しに来ました 天聖の日で破壊された山道はいつになれば治りますか 商人たちが困ってるみたいだ 流通が滞るって おそらく大きな割れ目があるところなどは 簡易的に橋を作ることになるだろう 早期に解決は見込めない そうですか ああ困った 食料の貯蔵が足りないよ 食料支援か 分かった カセドラルに持ち帰り検討しよう こんにちは 物資で必要なものはありますか 何もかも足りないわ 怪我人の治療に包帯が足りなくて 衣服まで提供したの 包帯衣服ですね 分かりました 他にも用意できるものは 支援物資として届ける予定です 本当?助かるわ ありがとう 大丈夫ですか 具合が悪そうですが 夫が天聖の日から帰ってこなくて 被害があった一帯に ちょうど出かけていたんです カセドラルから捜索隊は出してもらえるんでしょうか 今A氏を集めて別動隊が動いています 被害の規模が甚大なので 詳細な情報は分かりませんが 被害状況を確認しながら 怪我人も助けている最中と聞いています 追ってご報告しますね あの人が帰ってこなかったら 私どうしたらいいか きっと大丈夫です もしかしたら今 まさに帰ろうとしているかもしれない 無事でいてほしいと 旦那さんの方が祈っているかもしれない 信じて 待っていてあげてください はい なんだかやるせないですね ラウンドロビンの目的は 虐殺そのものではないはず けど こうして人海の人々へ 圧力をかけるための破壊や殺人は躊躇しない 100日後の信仰は 絶対に食い止めなきゃ ああ 本当に 我々は傷ついた人々に できることが少なすぎる アスナ キリトのことが気になるのなら 連絡をしたらどうだ えっ いきなりどうしたんですか エルドリアさん 恋仲なのだろう 先ほどは まるでキリトのことを 重ねているように聞こえたが えっ い、やだ そう聞こえましたか そんなつもりはなかったんですけど 戦いの最前線に身を置く我らは 明日の命の保証もない カーディナル様の采配ということで 文句は言えぬが 大切な人と離れて辛くはないか 私なら 片時も離れたくはない 他の誰にかっさらわれるとも限らないしな そういった心配もないのか エルドリアさん 変なことを言い出したと思うかもしれないけれど 聞いてくれますか 私 キリト君はお星様みたいだなって思うことがあるんです 星? はい 夜空の剣って キリト君にぴったり 暗闇の中で光光と光る そんな人だから その輝きは本人には見えないんです でも 照らされた方はわかる その光を自然と追いかけてしまう お星様に 輝くのをやめてって言えないじゃないですか 暗闇の中で輝く明かりを頼りにする人にも言えません それは私のだよ 明かりを見ないで なんて言えない この気持ち エルドリアさんならわかってくれると思って話しました アスナは詩人だな なるほど 確かに 私も尊敬している方に アリス様に輝かないでほしいとは言えない 似た者同士ですね これ 私たちだけの秘密にしましょうね アスナ アスナ 聞こえておるか カーディナルさん? エルドリアさん カーディナルさんから通信です キリトたち第4部隊の方で問題が起きたようじゃ 第2部隊に力を借りたいと言っておる 急ぎ戻ってくれ アスナ アスナたちがカセドラルで待っていてくれるはずだ なるべく早く と言いたいが 油断せずに行こう アスナ Also dürfen wir wieder zurücklaufen Jippie Ich bin aber tatsächlich am überlegen Dass wir hier vielleicht den Stream beenden Hör mir ehrlich zu sein Ja ich würde sagen wir laufen tatsächlich bis zum Speicher Und dann beenden wir tatsächlich hier erstmal den Stream Und laufen tatsächlich beim nächsten Livestream dann tatsächlich dorthin Der nächste Livestream wird tatsächlich dann schon nächste Woche sein Also die Leute die hier den Stream aktuell gesehen haben Oder aktuell noch gucken Kann ich sagen nächste Woche geht es weiter Nächste Woche kommen auch schon die Videos hier auf YouTube Ich werde dann jetzt wie gesagt hier gleich speichern Und dann den Stream auch dort beenden Die Leute die jetzt hier auf YouTube zugeguckt haben Ja ihr könnt natürlich gerne auch immer wieder hier live dabei sein Bei diesem Stream Müsst einfach nur immer im Community Tab gucken Oder wenn ihr auf meinem Discord Channel seid Einfach bei Fluid News vorbeigucken Da poste ich jeden Sonntag spätestens Montag Mittag poste ich dort immer den Uploadplan Und da findet ihr das sowohl auf für Twitch als auch für YouTube Für die Leute hier nur auf Twitch zu gucken kann ich sagen Es gibt jeden Sonntagabend Beziehungsweise Montag nach spätestens Montag Nachmittag Denn auf Twitch gibt es ja hier auch diesen Zeitplan Und da findet ihr dann was ich dann jede Woche so streame Wann ich dann nächste Woche streame kann ich nämlich Stand jetzt aktuell noch nicht sagen Da ich noch nicht weiß wie ich nämlich nächste Woche arbeiten muss Das heißt es kann wieder am Donnerstag sein Kann vielleicht am Freitag sein Kann aber auch an einem anderen Tag sein Auf jeden Fall werden wir das abends machen Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für eure Aufmerksamkeit Falls ihr jetzt hier auf Twitch zugeschaut habt Gebt mir gerne einen Follower Wenn ihr mir ein bisschen finanziell unterstützen wollt Dann abonniert doch meinen Twitch Channel Und falls ihr jetzt auf YouTube zugegesehen habt Gebt den Video einen Daumen nach oben Schreibt gerne einen Kommentar Was ist eure Meinung bislang vom DLC Und natürlich abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen Und wir sehen uns dann entweder in der nächsten Folge Oder dann nächste Woche zum nächsten Stream Bis dahin und ciao Euer Flui